Die Sendung wurde live untertitelt. Sir, ist das wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kassarin Pass? Hören Sie, Daniels, wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Falken! So farb! Ranbleib! Na los! Na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit Ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Vierköpfiger Mistkerl! Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit einer Folge CD World War II. Jetzt müssen wir den Hügel erklimmen. Den Hügel 493. Ach du Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Willkommen in der Hölle, Freunde. Das ist definitiv die Hölle. Alter, die ging gar nicht drauf. Da habt ihr gesehen. Okay, hier gibt's eine Granate. Zack. Das ist definitiv die Hölle. Oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Alter Schwede, bist du verrückt? Noch mal eine Granate. Zurückziehen, zurückziehen, Freunde. Ich bin verletzt, ich bin verletzt. Nicht gut, nicht gut. Ja gut, den nehme ich mir hier gleich nochmal Munition. Hatte ich sowieso vor. Rüsten wir uns nochmal aus. Komplett mit Munition und Granaten. Okay, weiter vorrücken, weiter vorrücken. Komm, 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 komm. Move, move, move. Los, kommt. Was wird er denn da? Campen oder was? Jetzt campen die hier auch schon im Singleplayer. Alter Schwede, ist das heftig. Bist du verrückt? Okay, nochmal ein bisschen Energie nehmen, hätte ich jetzt bald gesagt. Ein bisschen Medizin. Okay, da geht's nicht lang, verdammt, verdammt, verdammt. Bist du doch hier durch? Wir müssen direkt durch die Hölle, Freunde. Alter Schwede. Ach, der ist schon tot. Da ist noch einer. Da auch. Ich brauche Munition, ich brauche Munition. Gib was her. Danke, Turner. Oh wei, oh wei. Definitiv die Hölle. Alter, ist da in meiner gelaufen. Moment. Da liegt er. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Move, move, move. Hehehe. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Warum eigentlich immer ich? Alter Schwede. Boah, hier, Baum. Umgefallen, ungeknickt. Okay, langsam vorwärts, langsam vorwärts. Vorsicht, 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 aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die hängen hier überall. Granate. Bist du verrückt? Das wird ein Tanz, Freunde. Noch einer. Wie viel sind das denn? Alter, ich komm gar nicht voran. Okay, wir sollen die Schützen aussteigen. MG ausgeschaltet. Nur noch zwei Schützen. Okay, noch zwei MG-Schützen. Aber wo, wo sind die? Ich seh nix. Ja, da oben ist an. Ich hab mir gesehen. Moment, Moment, Moment. Gib mir erstmal ein bisschen Munition. Danke, Lieutenant. Da ist er. Wo ist das letzte MG? Oh, jetzt hab ich keine Splittergranaten. Hey, ich werd noch verrückt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter, alter, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Ich hab keinen Bock, hier drauf zu gehen. Nochmal ein bisschen Medizin zu mir nehmen. Wunderbar. Ja, Moment, Moment. Ich suche diesen anderen MG-Schützen. Wo ist das? Blöde Teil. Da oben. Da sitzt er. Okay, vorwärts, vorwärts. Move, move, move. Alter Schwede, alter Schwede. Das war ja schon mal bis hier ein richtiger Tanz. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Alter Schwede. Leute, Leute, Leute. Da erwartet uns mit Sicherheit noch was. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist doch nicht vorbei. Daniels, bring Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sachsen. Daniels, sag, wenn du bereit bist. Ja, mach ich. Okay, auf geht's. Los, los, los. Schnellt um Feuer. Okay, jetzt muss ich ihn hier schützen und sehen, dass er jetzt nach vorne zu dem Bunker kommt. Aber in dem Bunker sitzt auch ein MG-Schütze. Los, Parker. Ach, wow, wow, wow. Das wird schwer. Das wird schwer hier. Das ist deine Chance. Move, move, move. Los, Parker. Alter Schwede, jetzt kommt noch Deutsche aus dem Graben hier. Ich bin ein Tent-Fahrer. Granate. Ja, das muss noch ein paar erwischt haben, war Fluch. Oh, shit, shit, shit. Ja, wie werfe ich denn eine Rauchgranate? Weiß ich gar nicht. Los, Parker. Alter, sieh zu. Alter, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Ey, wir sterben hier, wir sterben hier. Okay, warte, Parker. Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Oh, shit, 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 keine. Ah, keine gute Idee. Verdammt. Mir ist mal Feuerzeug runtergefallen. Ups. Alles klar, weiter, nochmal. Aber Freunde, wir schaffen das, wir schaffen das. Definitiv. Hoffe ich doch. Also, das hier macht echt auch richtig voll Bock. Warte mal, warte mal. Du hast doch was für mich. Gib mal ein paar Granaten her. Wurf rüber. Die sollten reichen. Alles klar. Sind wir wieder schön ausgerüstet mit Granaten. Wer ist so, warum ist das eine Mission? Los, 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 los. Los, 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 los. Jetzt, Parker. Boah, alter Schwede. Action rein. Ich schwitze richtig. Ich schwitze richtig. Okay, wie kommen wir denn da rein? Ach so. Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er Feuer noch auf unserer Position. Immer weiter. Wir schalten Sie aus. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Ja, da muss man sagen, er hat da eigentlich Rechte. Das sind unsere Männer. Genau, eben. Man kann hier nicht einfach irgendwas dickköpfiges entscheiden und los, los, los. Ohne Unterstützung, ohne alles. Da gebe ich ihm schon recht. Daniels, öffnen Sie die Tür. Bin ich hier der Türöffner oder was? Sehe ich aus wie ein Türöffner? Okay, die Tür meint er schon mal nicht. Definitiv nicht. Ach, da drüben die. Aber ich wollte mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Okay, machen wir die Tür auf. Oh Gott, was erwartet uns? Sandsäcke. Gute deutsche Sandsäcke. Oh, Gegner. Alter, Schmiede. Alter, was ist das? Brandbomben? Brandgeschosse? Was ist das für ein Müll? Alter, hat mich ja voll erwischt gleich wieder fast. Okay, wie lösen wir das jetzt am besten? Na goi, Granate hilft immer. Alter, Schwede. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, vorrücken, vorrücken. Komm, komm. Mir nach, mir nach. Da oben. Alter, was haben die? Brandmunition hier? Brandgeschosse? Alter, was ist das für Zeug? Ich will sowas auch haben. Alter, das hat sie ja auch nicht... Okay. Alles klar, alles klar. Danke, Sir. Vielen Dank. Okay, das Ding ist definitiv Schrott. What? Oh, Flambeul. Okay, Luft ist rein. Weiter geht's, Freunde. Alter, das haben wir auch Brandgeschosse. Ist das eine Scheiße. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Nichts hier, was wollen wir mitnehmen können. Verdammt. Ich muss schon wieder die Tür öffnen. Mann. Okay, wir müssen das Gebiet sichern. Durchladen, schnell noch. Ah, nein. Jetzt habe ich die Granate nicht gesehen. Ey, was? Oh, nein. Nein. Genau, die Krautfresser sind überall. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen. Boah, ey. Alter, ist das eine Mission. Okay, da war keiner mehr, aber man weiß es ja nicht. Ah, da war keiner mehr. Da sind noch welche. Die hatten sich nur verschanzt, versteckt. Na, da linzt doch einer über die Säcke. He, he, voll der Helm weggeflogen. Habt ihr gesehen? Okay, Munition. Das ist gut, das ist gut. Wo sind denn hier welche? Wo denn, wo denn, wo denn? Okay, wo geht's hier lang? Wo kommen wir hier hin? Hm. Man hört sie zwar, aber wo sind sie? Alter Schwede, alter Schwede. Ah, da sind sie. Okay, da ist er. Der Krautfresser. Okay, die Kanone wieder zerstören hier. Ach, du Scheiße. Das nächste Problem. Oh nein. Alter Schwede, alter Schwede. Um Gottes Willen. Der ganze Graben voller Krautfresser hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Scheiß, nachladen. Okay, Granate. Oh nein, das habe ich nicht gesehen. Jetzt kam der... Oh man. Verdammt. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir den Panzer auch noch ausschalten, ey. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Dann habe ich wieder aufgebaut. Achso, halt, 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 halt. Das war einer von uns. Oh shit, ey. Jetzt müssen wir den Panzer ausschalten. Wie soll man das denn schaffen, ne? Alter Schwede Da noch mehr Deutsche Granate Jetzt müssen wir ein ernstes Oh, Granate Ein ernstes, dass den Panzer ausschreit Alter, wo soll ich denn hin? Verdammt, ich bin gleich schon wieder tot Schnell, schnell Oh, Gott sei Dank Gerade nochmal so Oh nein, jetzt fährt er hier lang Verpiss dich Überall Deutsche Man kann den Panzer gar nicht Man kann sich gar nicht richtig um den Panzer kümmern hier Überall sitzen hier die Deutschen Oh, schnell wieder hier rein Wie soll ich das packen? Okay, den haben wir auch Aber ich muss irgendwie sehen, dass ich an den Panzer drankomme Verfruchte Scheiße Mal kurz hier rein Deckung Okay, da fährt er, da fährt er Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Oh, Shit, leider Jetzt hab ich die Granate wieder nicht gesehen Das gibt's doch gar nicht, ey Ich raste hier gleich aus Alter Schwede, wie soll ich das schaffen? Oh, nein, 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 nicht, nicht, nicht Ich will nicht sterben Oh, nochmal Glück gehabt Wo kam der denn plötzlich her? Kam der hier runtergesprungen, oder was? Oh, das passt sich Gib mal her Danke, danke, danke Oh, Gott, ey Wie viel Verband ist es Von hinten hier, die Schweine Wir müssen noch sehen, dass wir den Panzer jetzt Irgendwie kaputt kriegen Oh, das ist meine Chance Das ist meine Chance Los, 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 los Wie, das funktioniert jetzt nicht, oder was? Oder doch? Los, spring doch hoch, spring doch hoch Ey, wieso komm ich denn jetzt hier nicht hoch? Stehe ich nicht Ach, hier Okay, 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 okay Oh, nein, 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 nein Oh, 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 oh Ey, das ist Boah, wieder eine Granate da gewesen Habt ihr gesehen? Oh, ey, das gibt es doch nicht Das muss doch zu schaffen sein Verfluchte Scheiße Okay, jetzt sind sie von ihrer eigenen Granate draufgegangen Das ist gut Wie soll man das denn schaffen? Verfluchte Kacke Das ist unmöglich, ey, oder? Aber ich kippe mein Bestes Wir schaffen das auch irgendwie Ich will das schaffen Wir müssen das schaffen Ja, ja, ja Das ist gar nicht so einfach Danke, danke, danke So, jetzt sind wir wieder komplett ausgerüstet Mit Granaten, Munition und alles First Aid Gleich nochmal was nehmen Alter Das gibt es doch gar nicht Alter, das ist doch unmöglich Überall rennen hier die Deutschen um Die Krautfresser Und dann sollen wir noch den Panzer erledigen Mensch, das muss doch irgendwie zu schaffen sein Verfluchte Scheiße Scheiße, ja Mensch Die eskortieren den Panzer, ey Auf jeden Fall Pass es auf, dass wir da nicht drankommen Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Vor allen Dingen, und wie? Da ist noch einer Ich meine, da war einer Da war ein Krautfresser Ey, das ist doch nicht Ey, das gibt es doch gar nicht Wie, jetzt habe ich keine Medizin mehr? Das glaube ich doch jetzt so nicht Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Da bloß jetzt habe ich kein First Aid mehr Ne, ich brauche Neues Auch die schönen Sachen gehen mal zu Ende So, jetzt müssen wir sehen, dass wir uns mal Intensiv um diese scheiß Panzer kümmern Können wir den auch noch endlich mal schrotten, ey Das bleibe ich hier auch noch hängen, ey Was ist denn das? So, zack, los, komm Auf jeden Fall hat das aber schon mal gesessen Das ist schon mal nicht schlecht Das war noch aktiv, aber schon ein bisschen beschädigt Ey, ey, ey Oh, wie soll man das schaffen? Ich werde bekloppt Jetzt habe ich die Granate wieder nicht gesehen Leute, 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 Leute Ich hoffe ihr guckt bis zum Ende Wir schaffen das noch Wir schaffen das, ey Ich will das schaffen Ich will das schaffen Unbedingt Wie soll man das denn schaffen Verflucht Okay, der liegt noch ein Fürst Ey, der kann ich mir schon mal ein bisschen was nehmen Wunderbar Bängel, bängel Ist das nicht? Aufgabe ist ja eine Mammutsaufgabe Was pisst sich da, du Krautfresser? Oh aber der panzer der nerven wir müssen versuchen ihn irgendwie zu zerstören war fruchte kacke das muss zu schaffen sein ich gehe noch mal ein bisschen munition nehmen besser ist es das muss doch irgendwie klappen mensch man kommt aber in den panzer auch nicht ran überall lauern hier die deutschen da hier da ist er auf geht's schnell weg schnell weg entdeckung 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 boah das war knapp das war knapp da ist schon wieder einer diesmal nicht diesmal nicht diesmal habe ich sie gesehen die granate schauen wir das was jetzt hinkriegen ich werde noch bekloppt ok 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 und weiter 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 ok scheiße ok freunde das hätten wir geschafft gott sei dank ja die folge war diesmal ein bisschen länger heute verdammter krautfresser okay freunde das war's hier machen wir einen cut und sehen uns im nächsten video wieder ich hoffe das video hat euch gefallen vielen dank fürs einschalten und macht's gut tschau 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 tsch